Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial und heute zeige ich euch wie ihr genial, das ist wirklich genial, äh unter Wasser sehen könnt. Das ist ziemlich genial. Ähm, und zwar der Emil geht einfach unter Wasser. Setzt euch ein... Dankeschön so hier drauf. Und dann jetzt hier äh zwei Böcke rüber. Hier. Jetzt hier ein Schild. Wenn ihr ihn rausstellt, dann seht ihr das. So wäre es gut und ja, so können wir auch gucken. Geht zwar auch, aber wir können uns nicht nur perfekt unter Wasser gucken. Das ist doch mal ziemlich geil. Wir können richtig, richtig, richtig gut unter Wasser gucken. Ja, wie geht's alles in Golem? Wie geht's hier? Ich glaube deutlich sehen wir hier. Und dabei ist das hier unter Wasser das Ganze. Naja, das wär's dann gewesen vom Tutorial. Wenn euch das Video gefallen hat, dann was eine positive Bewertung gab. Abonnieren nicht vergessen und tschüss.